So, die erste Mission direkt im Auftrag von Cain. Jawohl, klar! Wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Naja, ist einfach mal realistisch. Wir werden ihn wahrscheinlich enttäuschen. Keine Ahnung, worauf die schießen, aber... Ja, okay. Shoot it, baby, shoot it. In Ordnung, breche auf! Ah! This is not nice. Shoot it, baby. Ähm, wo wir gerade so ein bisschen mehr alten Spielen sind. Ähm, das rief ja mal superbeschissen. Was war das denn? Ja, man sollte die Welt nicht Geschichten erzählen. So, dann machen wir den Auftrag einfach nochmal neu. Ähm, nee, was wollte ich gerade erzählen? Ich habe vor ein paar Tagen mir mal Arx... Oh Gott, wie heißt das? Arx Fatales, heißt die Originalversion. Und ich habe mir diesen Community-Patch mal drauf gemacht. Dieses Arx Liberates oder so. Und ich hoffe, dass ich das mal demnächst irgendwann spielen kann. Weil das ist von den Arcane Studios, also denen die Dishonored-Serie dann auch später gemacht haben und so. Ähm, das ist ein bisschen mehr Rollenspiel. War ja auch First Person. Hat so seine Ecken und Kanten, aber ich glaube, das ist richtig cool. Da freue ich mich voll drauf, das endlich mal zu spielen. Ich habe nämlich immer nur den Anfang ganz klein bisschen gespielt und nie das ganze Spiel. Und dann komm los. Nicht fahren, nicht fahren, nicht fahren! Jawohl, Saal, schon dabei! Das ist ein Haufen! Verschärten und sind alle Dämpfe. Einheit verloren! In Ordnung! Recht auf! Recht auf! Jawohl, Saal! In Ordnung! Jawohl, Saal! Hätten Sie mir den Hubschrauber nicht einfach direkt da hinpacken können? Was ist das denn jetzt, Saal? Recht auf! Recht auf! Dagegen habe ich jetzt keine Chance. Der Einsatz ist viel geschafft. Das ist doch blöd. Also ich versuche jetzt mal, das ist ein bisschen anders. Ich versuche jetzt mal, mich oben entlang zu schleichen. Jawohl, Saal! So, aber vorher können wir mal gucken. Recht auf! In Ordnung! Recht auf! Recht auf! Vielleicht wollen Sie gleich nochmal drauf schießen. So. Breche auf! War nur einer, aber naja. Einer ist besser als keiner. Breche auf! Breche auf! Schon dabei! Sofort, Sir! Sofort, Sir! Breche auf! Einheit verloren! Einheit verloren! Schon dabei! In Glas, Sir! Schon dabei! Wieso ist denn das immer gleich so schwer? Einheit verloren! In Glas, Sir! Würde gerne den Panzer umgehen. In Glas, Sir! Aber ich darf ihn nicht umgehen. Nein, das ist einheitvoller. Neue Wahloption. What the fuck? Wo kommt das denn jetzt her? In Glas, Sir! In Glas, Sir! In Glas, Sir! In Glas, Sir! Was war ich damit jetzt? Jetzt ist aber der blöde Hubschrauber nicht eingekommen. Was ist denn das jetzt? Mit Scheiß. Ja, der Hubschrauber kommt erst, wenn man den Panzer zerstört hat, oder? Neue Wahloption. Neue Wahloption. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ja, das wird nix. Das wird nix. Einsatz abbrechen, Neustart. Gar nicht so ohne. Jawohl, Sir! Schon dabei! Sofort, Sir! Breche auf! Erstmal machen wir den hier hinten kaputt. Breche auf! In Ordnung! Schon dabei! Schon dabei! Ne, mehr ist er nicht. Sofort, Sir! Sofort, Sir! Breche auf! In Ordnung! Ich lasse mich jetzt ganz vorsichtig vor, aber es bringt auch nicht viel. Einheit verloben. Breche auf! Ich will diesen blöden Panzer nicht besiegen müssen. Sofort, Sir! Müssen. Breche auf! Schon dabei! Breche auf! Er hat Pordel! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Einheit verloben! Er hat halt dann immer gleich los. Schauen wir mal, ich habe dich. Jawohl, Sir! Sind eine getroffen. Hm, jetzt ist ein bisschen was. Schon dabei! Sofort, Sir! Okay, jetzt könnten wir drei da rüberkriegen und die Idee ist sicherlich, dass ich das Zeug hier verkaufe, oder? Es ist sicher nicht so gedacht, dass ich das hier behalte, sondern ich verkaufe den Schüssel. Und da ist irgendwo ein Ingenieur dabei. Da ist ja ein Ingenieur. Jetzt bringen wir die mal rüber. Das ist auch so dumm, man muss die halt alle einzeln einladen. Sofort, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! In Ordnung! In Ordnung! Jawohl, Sir! Ja, selbstverständlich! Selbstverständlich! Jawohl, Sir! Schon dabei! Breche auf! Breche auf! Wo ist das schon voll? In Ordnung! Hoffe ich mal, dass da wirklich ein Weg rüber ist. Ich finde, dass ich da jetzt vertan habe. Jawohl, Entstehen nicht! Einheit verloren! Oh, oh, oh! Einheit verloren! Einheit verloren! Schatz! Einheit verloren! Support, Sir! In Klasse! Support, Sir! Ah, naja, ich weiß noch nicht, wie es da aussieht. Einheit verloren! Einheit verloren! Jawohl, Sir! Einheit verloren! Einheit verloren! Scheiße! Das ist doch doof! Jawohl, Sir! Breche auf! In Ordnung! Schon dabei! Böden Grenadiere kosten einen auch gleich so viel! Schon dabei! Einheit verloren! Breche auf! Schon dabei! Einheit verloren! In Klasse! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Der Einsatz ist fehlgeschlagen! Scheiße! Scheiße! Jawohl, Sir! Schon dabei! Verflixt und zugenäht! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! Einheit verloren! Einheit verloren! In Klasse! Schon dabei! Sofort, Sir! Einheit verloren! Einheit verloren! Jawohl, Sir! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Was soll ich denn da machen? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Oh! Einer Scheiß Panzer da! Oh Mann, ey! Einer ist so geschlagen! Jawohl, Sir! Ich drehe jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Die rakierten Heinis kann ich eigentlich ein bisschen zurückziehen. Die können nicht viel ausrichten. Dann nehmen wir die. Einheit verloren. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Geht klar, Sir! Breche auf! Hm, es fliegt ein bisschen besser. Vielleicht explodieren die nicht, die normalen Schützen, wenn da Granaten draufgebrochen werden. Ich bin zwar nicht von überzeugt, aber... Aus irgendeinem Grund jagt er die jetzt nicht. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Einheit verloren. Okay, das lief viel besser. Äh... Das können wir mal überschreiben. Zweifelsfall können wir die jetzt hier mal neu starten. Aber ich dachte eben gerade, die haben den Hubschrauber abgeschossen, ey. Fuck. Das wär's gewesen, ey. So, dann kommen die rakierten Heinis. Was? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Sofort, Sir! Jawohl, Sir! Rech auf! Rech auf! Geht klar, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir, Sir! Ich hab ja normalerweise kein Geld. Obwohl, da hätte ich jetzt auf einen Schlag ganz schön viel Geld. Das heißt, ich verkaufe jetzt mal noch nicht gleich alle. Und die Raketenheimnis ziehen wir mal hier rüber. Vielleicht können die ja da was retten. Und ihr könnt eigentlich auch mal alle hier rüber gehen. Jawohl, breche auf. In Ordnung. Breche auf. Jawohl, zahl. Bestätigt. Jawohl, zahl. Schon dabei. Jawohl, zahl. Dann werden wir die hier auf die Ecke stellen. Und. Ich bräuchte zwei Ingenieure da unten. Genau, sollen die doch mal hier die Kalt machen. Tun wir noch einen Ingenieur. In dem ist nichts zu schwören. Jawohl, zahl. Schon dabei. Schon dabei. Schon dabei. Breche auf. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Ein Leid gewonnen. Jetzt reicht nicht. Verdammt. Jawohl, zahl. Könnten wir denn landen? Jawohl, zahl. In Ordnung. Schon dabei. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt, 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 bestätigt. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Okay, das hat jetzt gut funktioniert. Jawohl, zahl. In Ordnung. Bestätigt. Jawohl, zahl. Breche auf. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Sofort, zahl. Das ist ja erstmal geblockt, solange der da rüber rennt. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass meine paar Einheiten da unten nicht sofort vernichtet werden. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Schon dabei. Jawohl, dabei, zahl. Und ich muss das Ding übernehmen in dem Moment, wenn der Sammler gerade drin ist. Das muss also vom Timing aufpassen. Breche auf. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Scheiße. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Geht klar, zahl. Das ist ein guter Start. Jawohl, zahl. Geht klar, zahl. Bestätigt. In Ordnung. Brecher auf. Jawohl, zahl. Brecher auf. Scheiße. Einheit verloren. Jawohl, zahl. In Ordnung. GDI-Gebäude wurde erobert. Scheiße. Wird gebaut. Oh, 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 aber ich weiß was. So, jetzt kommt es auf jeden Pfennig an. Ingenieur, da drüben bauen bringt nichts, weil ich kriege ihn nicht rüber. Ah, Moment, das kann ich aber... Konstruktion fertig. Unsere Basis wird angegriffen. All das hier nicht nur. Geht gebaut. Scheiße. Das war so ein guter Anfang. Oh. Mann. Okay, gut. Das hat so nicht funktioniert. Müssen wir es anders machen. So, die schicken wir beide wieder da rüber. Der landet hier an der Basis. Beziehungsweise, die können wir eigentlich auch mal reinschicken. Ich nehme es aber schon gleich. Wollen die da mal rein. So, dann gehen wir hier wieder ran. Also, wie machen wir das? Wir bauen... Verkaufen den... Wir landen am besten hier oben mit dem Hubschrauber. So, dass der gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, da von denen sofort zerschossen zu werden. So, der wird verkauft. Jawohl, den nehmen wir gleich mit rein. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Den nehmen wir gleich mit rein, den Ingenieur. Jawohl, Sir. Dann könnt ihr mal hier rüber laufen. Jawohl, Sir. Entordnung. Jawohl, Sir. Entordnung. So, ein bisschen Strom hier unten kann ja nicht schaden. Und die eine Station. Bestätigt. Breche auf. Wir brauchen trotzdem einen zweiten Ingenieur. Bestätigt. Breche auf. Den Bauhof einzunehmen, weil da will ich keine 2000 auf den Tisch legen für das Ding. Jawohl, Sir. Einheit bereit. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Einheit verloren. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Kein Problem. Zwei. Breche auf. Nicht überfahren lassen. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Schon dabei. Das war jetzt wahrscheinlich ein Fehler, oder? Jawohl, Sir. Warte mal, jetzt haben wir einen Sammler, mit dem wir über Einheiten hinwegfahren können. Jawohl, Sir. Jetzt holen wir uns noch die... In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. ...basis von denen. Jawohl, Sir. Ja, also noch könnte was werden. Warte mal, ich gebe noch ein Ingenieur. Jawohl, Sir. Geht klar. Jetzt darf nur keiner von denen da irgendwie ankommen. Ein Haltbereit. Jawohl, Sir. Geht klar. Jawohl, Sir. Breche auf. Zwei Ingenieure da rein. Da oben ist auch nicht allzu viel Tiberium. Das ist schon mal ganz schön doof. Jawohl, Sir. Oh, da sind zwei drin. Jetzt kommen die Truppen. Jawohl, Sir. Aber die kann ich vielleicht... Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Und der Wartes ist der Tiberium. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Breche auf. Breche auf. In Ordnung. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Breche auf. Das waren alle. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Immerhin sammeln wir Geld. Ach so, aber weil wir kein Dings haben, wird das auch mein Dring gespeichert, oder? Weil wir kein Silo haben, dürfte es wahrscheinlich in der nächsten Runde dann auch leer sein. So, und jetzt kriege ich die beiden Stationen da drüben und kann hier Geschütze-Türme bauen. No, 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 sir. Nicht die Hubschrauber abschießen. Wehe, 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 wehe. Jawohl, Sir. Kein Problem. Support, Sir. Support, Sir. Breche auf. Breche auf. Okay, jetzt waren die. Jetzt kommen schon deutlich mehr. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Klasse. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Klasse. Jawohl, Sir. Breche auf. So, rein in den Sammler. Äh, Quatsch, in den Bauhof. Jawohl, Sir. GDI-Gebäude wurde erobert. Und sofort ein Waffenturm bauen. Jawohl, Sir. Breche auf. Und jetzt holen wir uns die noch hier. Jawohl, Sir. Schon dabei. Schon dabei. Schon dabei. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Allhand verloren. Bestätigt. Breche auf. Wird gebaut. Brauchen wir erst mal Wachtturm. Ja? Breche auf. Und wir brauchen noch einen Ingenieur. Jawohl, Sir. Nee, wir haben einen Ingenieur. Ah, gut zu wissen, die greifen also schon gleich mit Flugzeugen an. Konstruktion fertig. Oder können wir da oben einen hinsetzen. GDI-Gebäude wurde erobert. Ein Satz hier nicht möglich. Wird gebaut. Gut. Also, die werden immer schön da oben nerven. Dann haben wir eine Werkstatt. Wir haben die Sandsäcke. Konstruktion fertig. Ja? Schon dabei. Ja, wir haben hier drüben noch Energie. Und hier drüben auch ein Gebäude zum Bauen. Und dann würde ich mal sagen, holen wir uns eine Kaserne. Wir sind ja jetzt mit GDI-Sachen unterwegs. Damit wir hier drüben... Konstruktion fertig. Neue Kaution. Schnellturm hier oben. Danke. Das war fast das ganze Team, was wir da überfahren haben. Ne, die ziehe ich sogar zurück. Okay. Ohne, die Versuchung ist von da oben. Konstruktion fertig. Geht immer da hin. Man sieht übrigens auch, wie das Material rausgetragen wird. So, und wir brauchen jetzt hier eine Werkstatt nicht, sondern eine Waffenfabrik. Oder nehmen wir erst die Radarzentrale. Wird gebaut. Machen wir erst mal Radar. Das können wir hier drüben übrigens in Sicherheit hinstellen. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass das Dings ausgeht. Das Tiberium. Weil ich jetzt hier ein bisschen die Basis auch etwas sicherer habe. Das kann ich jetzt aber trotzdem schon mal machen. Ähm, werde ich auch die Geschwindigkeit wieder hochpocken. So. Warte. Breche auf! Unsere Basis wird angegriffen. Ja, aber jetzt sind wir schon los. Jawohl, Star! Konstruktion. Jawohl, in Ordnung. Jawohl, Star! Jawohl, Star! Jawohl, Star! Breche auf! Da drüben ist aber auch noch Zeug. Einsatz hier nicht möglich. So, jetzt haben wir das Ding. Können wir dann was stärkeres bauen? Nee, kann halt hier auch nur. Äh, Fahrzeugreparatur brauchen wir noch nicht. Dann nehmen wir jetzt eine Waffenfabrik. Gut gebaut. Als nächstes Bauwerk. Jawohl, Star! Schon dabei! Breche auf! Wir haben im Zweifelsfall noch einen Sammlerbau, obwohl ich fast fürchte, dass das nicht so gut wäre. Breche auf! So, ich will noch ein bisschen was aufdecken. In Ordnung! Wir haben im Zweifelsfall noch einen Sammlerbau. Einheit verloren. Entordnung! Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Jawohl, Star! Und wenn ihr geht... Jawohl, Star! Entordnung! Jawohl, Star! Jawohl, Star! Jawohl, Star! Okay, dass wir schlechter laufen können. Au, und es läuft schlechter, denn da kommt ein Panzer. Er muss halt nur kurz nach vorne fahren, bitte nicht nach vorne, bitte nicht nach vorne. Er fährt. Ah, okay, ist in dem Moment aber zerstört worden. Ah, jetzt wird es echt ein bisschen enger, 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 enger. Wahrscheinlich hätte ich den hier nicht bauen sollen. Von da kommt eh keiner. Wenn die blöden Panzer auch weit genug wegbleiben, dann ist es natürlich keine gute Chance gegen die. So, hier ist nichts mehr drin. Wir haben eine Radaranlage gebaut. Können wir denn jetzt irgendwie schwere Kanonen bauen? Können wir nicht. Kommt das nach der Werkstatt vielleicht? Brauchen wir aber eh erstmal einen zweiten Sammler. Oder sollen wir uns sicherheitshalber mal zwei Panzer kaufen? Ich glaube, wir kaufen uns lieber zwei Panzer, oder? Ja. Da kommt das Kupfer schon noch alleine hin. Jawohl, Sir. Wir schlägen dich! Jawohl, Sir. Das ist aber nicht schlecht. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung, in Ordnung. Ich trau mich noch nicht mehr Geld hier auszugeben. Für einen größeren Kategorien. Ich hab aber noch nicht mehr. Da wird man schon die Geschwindigkeit hochpacken. Gucken wir, speichern jetzt nochmal. Und zwar habe ich dann da einen Punkt, wo ich weiß, okay, da kommt nochmal ganz schöner Mist. Zack. So. Machen wir es mal ein bisschen spannender. Also ein Panzer, oder? Und danach den zweiten Sammler. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Geht klar. Sie breche auf. Ich lass jetzt mal meinen einen Akkunder hier eine kleine Runde drehen. Ich will nur wissen, ob da oben was kommen kann oder nicht. Jawohl, Sir. Bereche auf. Bestätigt. So. Jetzt haben wir noch ein GDI-Einhalten. Jawohl, Sir. Klar. In Ordnung. Reche auf. Und wir haben hier den Humvee. Wir haben den BM... BMT so rum. Jawohl, Sir. Reche auf. Vorbeigeschossen, oder? Jawohl, Sir. Nee. Scheiße. Das heißt, wir brauchen erstmal die Werkstatt. Jawohl. Reche auf. Schon dabei. In Ordnung. GDI hat auch gar keine Luftabwehr-Batterien, oder? Warte mal, haben wir hier Flak-Batterien irgendwo? Nee, haben wir nicht. Das heißt, Schuhen reparieren lassen. Okay, und da hinten können sie uns auf jeden Fall auch in den Rücken fallen. Und das hin. Hier. Hier. Oh, okay. Einheit verloren. Oh, okay. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit verloren. Einheit verloren. Bestätigt. Jawohl. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Jawohl, Sir. In Ordnung. Jetzt muss ich erstmal den blöden Dings reparieren hier, den Sammler. Ah, verdammt, das war ganz schön. Konstruktion plattig. Das war teuer. Jawohl, Sir. Das dauert auch ewig. Recher auf. Gut, solltet ihr mal weitermachen? Wir gehen wieder auf normale Geschwindigkeit zurück. Ach, Mann, 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 gar nicht so einfach. Wie weit ist er denn da nochmal? Jawohl, Sir. Obwohl... Luftangriff übersteht der schon noch. Dann würde ich jetzt erstmal noch einen zweiten... Ah, kaufe ich einen zweiten Panzer, oder? Doch, oder? Wird gebaut. Komm, ich baue noch einen zweiten Panzer. Wird gebaut. Einheit gehört. Wenn wir hier schon ein paar Grenadiere kaufen können, dann holen wir auch welche. Mit den Einheiten dauert hier noch ganz schön lange. Äh, finde ich nicht so gut. Jawohl, Sir. In Ordnung. Recher auf. In Ordnung. Slow Recon. In Ordnung. Recher auf. Bestätigt. In Ordnung. Kann man auch Stupid Recon nennen. Bestätigt. Dann landet man ja direkt vor irgendwelchen Gegnern. Bestätigt. Recher auf. Recher auf. In Ordnung. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Einheit bereit. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Einheit bereit. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. 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 Einheit verloren, Einheit verloren. Geht klar, Sir. Geht klar, Sir. Unverwahrt, Sir. Energie kritisch. Einheit verloren. Wenn der Geschwindigkeit ist, man wird überrannt. Einheit verloren. Einheit verloren. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ah, okay. So, what shall we do? Ich glaub, den hier hinten können wir verkaufen. Jawohl, Sir, schon dabei! Kommt eh keiner bei rum. Wir benötigen Silos. Wird gebaut. Wird gebaut. Was ist das für Silos brauchen? Wir brauchen trotzdem erstmal Sammler. Einfach in der Hoffnung, dass schneller Geld reinkommt. Schau mal, schau mal. Verstehlich. Sofort, Sir. Es ist nicht gut. Es sieht nicht gut. Ja. Komm mal, komm mal. Jawohl. Einheit verloren. Schuisse! Wirklich alle? Ist doch gemein. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir, brecher auf. Das ist doch super gemein. Nicht gebaut. Jawohl, Sir, brecher auf. Jawohl, Sir. Ach, jetzt traut er sich hier nicht nah genug ran an die Basis. Na, danke. Konstruktion. Das Gute ist, wenn die Infanteriesoldaten hier über das Tiberiumfeld laufen, sie werden halt auch selbst beschädigt. Wir sind gebaut. Jawohl, Sir. Okay, also... Mit den Türmen, das geht ganz gut. Aber ich glaube, ich nehme jetzt mal dann die nächsten paar Sachen so an. Panzer. Sind Panzer? Ähm... Ich mache jetzt voll das Risiko. So. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ordnung. Ah, jetzt weiß ich, was ich nicht gebaut habe. Ich habe keine, äh... Reparaturstation gebaut. Das kostet einen Sammler. Und die Reparaturstation kostet wie viel? 1200. Na ja, kommen wir doch davon ein, ne? Sobald mal wieder Geld da wäre. Jawohl, Sir. Sie repariert so langsam. Ich gehe jetzt mal kein Risiko an und locke keine neuen Einheiten an. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So, das ist meine Gruppe 1. Sollen sich die Gegner mal ein bisschen näher an die Station ran waren. Zug-Einheiten sind halt das große Problem. Warum fällt der eigentlich soweit hoch? So. Was soll das? Wenn ich das mal hier sammle. Konstruktion Taktik. Energien. Geschick gebaut. Die Kraftwerke kommen hier drüben hin. Habe ich eigentlich schon ein großes Kraftwerk? Das sind vielleicht später auch diese großen Kraftwerke, oder? Das sind diese doppelten Kraftwerke irgendwann. Doppelatomkraftwerk. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Konstruktion Taktik. Einsatze kommt hier drüben hin. Dann wird es gebaut. Konstruktion Taktik. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Schrecklich. 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 Schrecher auf. Ach, leider. Schnelleni hatte das gerade Glor. K sociaux. Jawohl, Sir. Ach, Irmektiv. Ach, Dir. Schrecklich, wechern. Schrecher auf. Feiert Uhr. Warum? Auf geht's purchased. Also mit dem Luftangriff natürlich. Ich bin nicht so gut durch... Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Durchschnittlich! Jawohl, Sir! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! Jawohl, Sir! Kommt ihr wohl zurück, ja? Jawohl, In Ordnung! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So, der soll sich mal jetzt annehmen. Ob die jetzt hier... Basisfalle... Ja, das hat super funktioniert. Jetzt ist mir wunderbar mit los. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Hier unten, wunderbar, das... Jawohl, hier läuft alles schief, was schief laufen kann. In Ordnung! Recher auf! Bestätigt! Recher auf! Konstruktion fertig! Wird gebaut! Recher in Ordnung! Bestätigt! In Ordnung! Wieso ist hier nur so wenig... Ah, ok, hier oben ist noch was. Recher auf! Recher auf! Recher auf! In Ordnung! In Ordnung! Konstruktion fertig! Blieb gebaut! Jawohl, Sir! Bestätigt! Noch mal einen zweiten Sammler, das wird sonst nichts. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Oh, fuck, jetzt kommen sie alle. Recher auf! In Ordnung! Recher auf! Scheiße! Jawohl, so viel hat der auch nicht mehr. Größtenteils Bodentruppen. Jawohl, Sir! Leider nicht möglich. Konstruktion in Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So, da kommt der nächste Sammler von ihm. Er soll sich mal... Jawohl, Sir! 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 Er ist noch nicht, ranke es auf! Ja, ich hab sogar. ... so die wocheners! Ja! Ja! So, jetzt muss ich eigentlich großartig immer wieder seinen Sammler durchmachen und dann durchführen wir gar nicht so eine gute Chance haben, jetzt gucken wir mal ob wir oben noch einen Weg landen gehen, die Infanterietroppen, die kriegen auch meine Schutzkirche blinglos weg, das ist nicht so schwierig, jetzt sind wir irgendwann Wasser lang, ach guck mal hier geht es sogar lang, das ist natürlich blöd und das auch ein Weg ist. So, die holen wir jetzt mal kurz zurück, die werden schnell auch kurz repariert werden, der vergisst immer, dass er sammeln soll, dieser Föcke Schlingel. So, und die können wir jetzt wahrscheinlich hier gar nicht so schnell reparieren, weil uns das Geld fehlt. Wie fliegt jetzt auf die Reparaturstation, kann auch Wasser sein. Luft-Einheiten sind halt das Problem, warte mal, ich stelle jetzt mal einen hier oben hin und wenn der nur fürs Flugzeug ist, ist egal. Na ja, jetzt reicht schon wieder das Geld nicht. Jawohl, Sir, in Ordnung, in Ordnung, breche auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Die Reparatur von der Einheit hat jetzt fast so viel, fast so viele neue Einheit oder wie? Die Ressourcen hier weg, ne, der Sammler wird ja auch noch gebraucht. Breche auf! Bestätigt, in Ordnung, breche auf! Bestätigt, in Ordnung, in Ordnung, breche auf! Das Stück ist auch dabei? Breche auf! Breche auf! Der Ritt der Walküren ist das doch, oder? Bestätigt, breche auf! In Ordnung, in Ordnung, breche auf! Äh, wollt ihr mich verarschen? Orca-Hubschrauber? Breche auf! Einheit verloren! Geht klar, Sir! Sofort, Sir! Gut, das würde jetzt auch erklären, warum die Musik da kommt. Wisst ihr was? Ich baue keinen zweiten Sammler. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Hm. Aber das ist ja mega scheiße jetzt, ja. Einheit bereit! Wird gebaut! Aber kann es sein, dass der jetzt einfach keinen Sammler mehr gebaut hat, der Computer? Bestätigt! Einheit bereit! Wird gebaut! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Recher auf! Jawohl, Sir! Recher auf! Jawohl, Sir! Also damit der hier gar nicht irgendwie erst in die Versuche kommt, nichts zu machen. Tatsächlich. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! aus. So, jetzt hat der Computer da schon wieder ganz schön viele Einheiten. Er vergisst nur was er machen soll. So, nur für alle Fälle hier für den Hubschrauber. Habe ich da jetzt schon wieder die normale Geschwindigkeit? Ja. Ich speichere jetzt mal zwischen. 0,4. So. Dann geht es wieder gut. Das heißt, wir können jetzt mal eine kleine Erkundungstour drehen. Nehmen wir noch einen von denen mit. Ich weiß halt nicht, ob die Türme was gegen die. Dumm oder was. Ob die Türme was gegen die Hubschrauber machen können, gegen die Orgas. Hier oben schon wieder Schluss. Das ist wie so eine Abwehrlinie, wo dann die Ockers eingreifen und nicht. Okay, also die greifen da tatsächlich ein. Und da kommen Trüppeln. Ah, wenn sie sich mal für ein Ziel entschieden haben, dann versuchen die da wieder ranzukommen. Ach, guck mal, die versuchen auch den da oben zu erwischen. Nice to know. So viel zu euren Hubschraubern. Ja, genau. Weil der nämlich wieder nichts macht. So, jetzt kommt zurück. Wow. Will ja wehe. Die fräst mir den weg. Das ist sowas was perceive los. Jawohl, ins Land. Jawohl, ins Land. Jawohl, ins Land. In Ordnung. Jawohl, ins Land. Mein Guide verloren. Bestätigt. Recher auf! Das ist allen ernsthaft zum beschissenen Turm verloren, oder? Und warum? Weil ich nicht einen einzelnen Schützen irgendwo oben in die Ecke gestellt habe. Okay, pass auf, den Stern ist wieder hier oben hin. Jetzt würde mich noch mal interessieren, ob die Dings hier brauchen, dass nochmal nachgebaut wurden. Das gehen wir hier raus, wenn wir kurz hier langfahren. Hat er jetzt gewechselt? Also auf etwas preiswerteres? Shit. Verständig! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, reiche auf! In Ordnung, reiche auf! Jawohl, Sir! Reiche auf! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Die Musik ist so gut! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Wird gebaut! Einheit bereit! Jawohl, schon dabei! Schon dabei! Sofort, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! �ühne Euro soluble Ausfluss! Wo rennt der denn jetzt hin! Jawohl, Schnell ¿Aber Du rennt das denn jetzt hin? Jawohl! So geht´s. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung, ½ Longanz29 Databológico indeed. Jawohl, Schnelles Eckligen! Jawohl, Schnelles Eckliober Wenn der das nächste Mal zurückgekehrt ist, muss ich ihn unbedingt reparieren. Das sieht sehr so aus, als wären die Orcas, sobald sie einmal zerstört sind, dann auch tatsächlich erst mal out of the equation. Das ist doch schon mal ganz gut. Wir nehmen jetzt mal einen Panzer und versuchen mal hier hinten eine kleine Erkundungstour. Ein einzelner Soldat steht ja wacher hier oben. Ich muss sogar noch ein bisschen weiter rüberstellen. Schauen wir doch mal, wie viel der anlocken kann. Ach guck mal, der nimmt sich dann den. Na gut, dann hat er den jetzt gerade schön verschwendet, den Angriff. Die sind da... Äh, die stehen da so ein bisschen in der Landschaft rum. Geht's angelockt? Okay. Aber gar nicht so schlecht. Das mal auch. Und dann werdet ihr von meinen Geschützen vernichtet. Run into my trap. Unsere Basis ist auch handig erfüllt. Jawohl. So sieht's nämlich aus. So, das heißt, wir könnten mal speichern. Da hinten kommt die nächste kleine Angriffswelle. Ich glaub, für mich wär's jetzt mal an der Zeit, nochmal Panzer zu bauen. Ja, jetzt versuchen sie es schon in etwas größeren Gruppen. Das ist aber, glaub ich, nichts Gefährliches für mich. Nicht mit den Panzern, die hier stehen. Fertig. Wird gebaut. Das ist das Einzige, was schwierig werden könnte. Das ist cool, dass ich den einen, der den Luftangriff machen sollte. Hätte er denn doch bei einer nochmal erwischt. Ich brauche mal einen einzelnen kleinen, ähm, Schützen. Wird gebaut. Einheit bereit. Jawohl, Sir. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Überfahren. Jawohl, Sir. So. Jawohl, Sir. So viel dazu. Dann würde ich mal sagen, packen wir unser nächstes Geld vielleicht in Grenadiere. Breche auf. Nee, nicht in Grenadiere, sondern in Ingenieure, damit wir da die Basis übernehmen können. Jawohl, Sir. Bestätigt. Kann der sich mal bitte reparieren lassen? Jawohl, Sir. Das will ich nämlich auf keinen Fall. Wird gebaut. Einheit bereit. Jawohl, Sir. So, jetzt nehmen wir den einen da hoch. Jawohl, Sir. Jawohl, Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. Schauen wir nochmal, wie weit wir das hier treiben können. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. In Ordnung. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Er zählt doch ein bisschen nervös. So ein bisschen öfter speichern. So, dann zeig mal her. Breche auf. Das hat nicht viel gekostet. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. So, also zwei Türme. Breche auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Bestätigt. Anketentürmer. Das ist neu. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh, schaut mal an. Der Computer ist schon in dermaßen Geldnot, dass er die Turrets verkauft. Jawohl. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Aber dann zieht er 9 hoch. Breche auf. Das war dumm. Breche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Bestät, breche auf. Bestät, bestätigt. Schnell die Kaserne vernichten. Sehr gut. Schnell den Bauhof vernichten. Ich glaube, das ist kein Bauhof gewesen. Ja. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Schnell. Butt. Jawohl. Bestätigt. 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 Jawohl, Sir. Das dürfte es gewesen sein für die Basis. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Einheit verloren. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. Ich bin gerade schon populaktisch verkauft. In Ordnung. In Ordnung. Einheit verloren. Einheit verloren. In Ordnung. In Ordnung. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Ach, guck mal in Ordnung. Hier sind die Orca. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt gewesen. Jetzt hat er auch wieder geschnallt, dass er was sammeln soll, da unten in der Sonne. Jawohl, Sir. In Ordnung. Darf ich das kurz haben? Recher auf. Recher auf. Bestätigt. In Ordnung. Jawohl, Sir. So, jetzt weiter. Einsatz 10. Ja, schön dafür. Wie viel besser die GDI-Tanks sind, als der Scheiß von Not. Scheiß von Not. Geht auch wie so ein Eigennamen. So, Cain. Jetzt wird es mal höchste Zeit. Gib mal ein bisschen an. Das, ich finde auch diese ganzen Sachen so cool, also das ist alles so, ähm, so nett gemacht. Das ist alles so schön durchanimiert und irgendwie zusammenhängt. Unser Feldzug in Afrika läuft gut, aber die Festungen in Ägypten wurden durch GDI-Angriffe vom Nil geschwächt. Einer unserer Stützpunkte steht unter Beschuss und ich schicke dich als Verstärkung. Entferne die GDI ein für allemal aus dieser Gegend. Und dabei könnte dir vielleicht diese neue Waffe ein wenig Unterstützung leisten. Dein Zug. Nein. Verstärkungen sind eingetroffen. Nicht der Flammenpanzer. So, jetzt haben wir euch aber erstmal... Okay, warten Sie, nö. Ich glaube, das muss man ein bisschen langsamer spielen hier, das Ding. Zack. Ja, das ist jetzt hier vielleicht Mission 10, das ist noch nicht genau. Auf jeden Fall speichern wir jetzt mal und dann geht es eine nächste Folge hier mit dieser Mission weiter. Mit einem Kommando. Also bis dann, ciao.